Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sollten weiter Pilotenmodus aktiv Pilotenstelle aufpassen Was ist das hier? Dateizugriff Unbekannt Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken Das ist die einzige Anlage überlegen Steuer Und geht am Piloten Ash, hier Blisk, komm, over Hier ist Ash, was gibt es? Kane antwortet nicht Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden Er kommt vermutlich in deine Richtung Töte ihn Verstanden Ash out Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC Blisk war für den Tod meines letzten Piloten Captain Lestemosa verantwortlich Ein Titan Versteiger Versteiger Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Pilotenmodus aktiv. Let's go. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 UNTERTITELUNG Bist du hier vorbei, Pilot? In meiner Schicht. Kumpsschaden festgestellt. Kumpsschaden festgestellt. Warnung, unser Reaktor ist instabil. Er sagt, Batterie erforderlich. Warnung, Batterie erforderlich. Wieso kriegst du mich nicht? Reaktor. Kumpsschaden festgestellt. Kumpsschaden festgestellt. Reaktorstand knapp für uns, attacken constructen. Drei Zeiten zerstören. Okay, ein bisschen. Treibungssystem. Warnung, Warnung. Gute Arbeit, Führung. Ihre Fähigkeiten werden immer besser. Warnung, Warnung. Warnung, Warnung. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr hart. Die Anlage. Atakiere feindliche Infanterie. Warnung, Warnung. Ohne den Lastenaufzug kommen wir nicht weiter. Ich markiere die Position des Bedienfeldes auf ihrem Hut. Lastenaufzug aktiviert. Pilot brauchen Unterstützung. Warnung! Warnung! Die unbefugter Zeitung in Verladebucht 13. Ich transferiere Zeitung zu 19. Erscht, Kappa 3. Melde Sicherheitsvernetzung. Verladebucht 13. Over. Roger, Kappa 3 unterwegs. Out. Pilot, ich kann mich nicht befreien. Cooper. Mehr Informationen für eure Aufmerksamkeit. Das Sicherheitssystem scheint hier einen Titanischen abzuhaben. Weniger Arbeit für uns. Vor der Mund! Ich brauche Hilfe! Splitterkanate hier! Splitterkanate hier! Ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. B.T., wie komme ich zu dir? Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Warnung, verliere den Kontakt. Warnung, verliere den Kontakt. Warnung, verliere den Kontakt. Scheiße, das ist doch für Marc. Siehst du aus, wie wir mit dem Pantanen? Genau, Marc. Wir sind für diesen Einsatz total in Verletz. Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was soll ich mit ihm machen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns bereits. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zum Nutzen machen. Ash, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstöre den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfiehle... Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass wir auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Ich bin da, ich bin da. Ich kann das nicht verletzen. Ich bin da, ich bin da. Ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle Sie folgen den Plattformen. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Ich bin in einer Plattformen. Ich bin in einer Plattformen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh mein Gott, oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!